so es ist jetzt kurz vor sieben und wir sind jetzt auf dem fuße von big daddy und werden gleich den gipfel erklimmen bzw wird glaube ich noch ein zwei stunden dauern aber es geht gleich los hier seht ihr nämlich den anfang da geht es hoch auf big daddy und dann geht es den kamm entlang bis zum gipfel sind aber leider nicht die ersten da oben laufen schon welche das erste stück ist geschafft wir haben den kamm der düne erreicht ab jetzt geht es weiter schritt für schritt den kamm hoch erste zwischenetappe ist erreicht hinter uns kommt schon die nächste gruppe aber der aussicht ist schon mal top ok weiter geht es so nächste etappe erreicht jetzt haben wir schon einen blick auf sossofly da gehen wir nachher direkt runter von der düne aber es ist noch ein weg zu gehen so wir sind jetzt kurz vorm gipfelaufstieg panorama ist schon mega unten das komplette sossofly unter uns hinter uns kommen schon die nächsten und da ist der gipfel geschafft den gipfel und ohne sauerstoffgerät alles ein kleiner schritt für anja und martin aber ein großer schritt für die menschheit und die aussicht phänomenal aber wir sind nicht die einzigsten also können wir dann mal so jetzt geht es an den abstieg der macht mehr spaß wuhh wuhh Ich weiß gar nicht so ausgelassen.